Spiel doch! Spiel doch! Ja! Oh nein! Entspann dich doch, Schatz. Ich bin entspannt! Es spielt ja nur der HSV, ne? Na, nicht alle aufessen. Wir haben nicht mehr so viel. Ey, das ist so ein Foul. So ein Foul. Das ist ne Ecke. Warte mal. So sexy. Spiel. Tino. Ja! Komm! Sieben Meter übers Tor gesimmelt. Toll! Fußball ist schon was Tolles, ne? Ja, vor allem, wenn man das in Ruhe gucken kann. Kannst du wenigstens ein neues Bier bringen? St chambernach! Tino. Stimmen! Tino! Tino. 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 Kannst du sagen? Tino. Hallo. Hi. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie etwas, das nach Fußball riecht? Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie etwas, das nach Fußball riecht? Nach Fußball? Gib mir deine Socke. Ich kann Ihnen höchstens eine getragene Socke anbieten. Olé!